ja servus leute matt hier von auto kitchen ich freue mich dass ihr wieder zuschaltet ja heute gibt es was ganz besonderes für aubergine fans ich liebe aubergine und zwar mache ich eine leckere aubergine creme ja das ist wirklich ein ganz ganz toller dip eignet sich super als beilage zu fleischgerichten ich liebe es als brot aufstrich also kann man irgendwie permanent essen ich habe das rezept wirklich über die jahre hinweg verfeinert also meiner meinung nach aubergine creme ist somit das beste was du aus aubergine machen kannst hals maul und fang endlich an jetzt habe ich genug geredet fangen wir einfach mal an klappe zu film ab so Amen. 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 Ja, das war unsere leckere Aubergine-Creme. Wenn ihr alle Zutaten raus schmeckt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ich hab früher immer den Fehler gemacht, bei mir habe ich zu viel Knoblauch verwendet, da hat alles nur nach Knoblauch geschmeckt. Also, wie gesagt, wenn ihr alle Geschmacksnuancen irgendwie raus schmecken könnt, dann ist das prima. Ich nehme übrigens kein Olivenöl, sondern Kürbiskernöl. Das schmeckt super nussig und es hat eine ganz, ganz tolle Farbe. Und außerdem ist es sehr gesund. Ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder zuschaltet, wenn es wieder heißt Outdoor Kitchen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, Leute. Schreibt was in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Vielleicht macht ihr es ja ein bisschen anders. Haut rein, macht's gut, Matti.